Hallo, mein Name ist Sven und ich mache die Ausbildung zum Baugeräteführer bei der Knobelbaugruppe. Ohne dich läuft auf unserer Baustelle nichts. Du lernst, wie du unsere Baumaschinen führst und bedienst. Modernste Maschinensteuerungstechnik per Laser sowie Satellitenübermittlung unterstützen dich bei deiner täglichen Arbeit. Du hältst alles im Schuss. Du lernst, wie man Maschinen wartet, Reparaturen durchführt und bei Bedarf mit den notwendigen Zusatzgeräten ausrüstet. Auf dich ist Verlass. Du siehst die Arbeit und hilfst auf den Baustellen mit. Als Team halten wir zusammen. Um unsere zahlreiche Baustellen erfolgreich abschließen zu können, brauchen wir dich. Warum solltest du dich bewerben? Wir bieten eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung, keine Baustelle gleich der Anbarung. Wir bieten dir einen Arbeitsplatz draußen an der frischen Luft. Moderne Baumaschinen sind besser als jedes Computerspiel. Wir vermitteln all unser Wissen in der Ausbildung, denn wir wissen genau, heute schmieden wir die Profis von morgen. Wir bieten gegenüber anderen Ausbildungsberufen eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung. Wir sorgen für dich. Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung wird durch uns gestellt. Wir sind ein großartiges Team. Bei uns gilt einmal Knobel, immer Knobel. Und das Beste kommt zum Schluss, weil ich einer deiner Paten werde, die dich während deiner Ausbildung begleiten. Hat sich der Klick für dich gelohnt? Dann klicke noch heute auf den Jetzt-Bewerben-Button. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.